Guten Morgen meine liebe Schüler, wie geht's euch? Heute wir lernen Lektion 5 über die Zahlen. Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, Acht Acht Neun Neun Zehn Zehn Elf Elf Zwölf Zwölf Dreizehn Dreizehn Vierzehn Vierzehn Fünfzehn Fünfzehn Sechzehn Sechzehn Siebzehn 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 Achtzehn Achtzehn Neunzehn Neunzehn Zwanzig Zwanzig Vierzehn 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 Vierzehn